So, ja, liebe Besucher, liebe Kardorferinnen, liebe Kardorfer, schön, dass ihr hier seid bei unserem Gottesdienst anlässlich unserer Kirmes und wir vom Ortsausschuss möchten diesen feierlichen Rahmen nutzen, einem ganz besonderen Kardorfer Bürger zu danken. Lieber Herbert Gatz, leider haben wir kurz vor dem Gottesdienst erfahren, dass er persönlich nicht hier sein kann und dennoch schmellert das nicht die Anerkennung, die wir aussprechen möchten und ganz im Gegenteil, sollt ihr alle und alle weiteren erfahren, was Herbert für uns getan hat. Deswegen sage ich doch nicht lieber Herbert Gatz, ich sage lieber Herbert, ich hatte bewusst die Du-Form gewählt, auch wenn der Anstand es gebietet, dass ich ihn sieze, aber die Worte, die ich an euch richte, sind nicht meine Worte, sondern ich glaube, oder diese Worte sind stellvertretend für den gesamten Ortsausschuss und seinen Mitgliedern. Die Worte sind sicherlich stellvertretend auch für alle, die heute hier anwesend sind und ich bin mir auch bewusst für ganz, ganz viele Kardorfer Bürgerinnen und Bürger und machen wir uns nichts vor, wer Herbert kennt, teilen diese Worte sicherlich auch sehr, sehr viele Menschen außerhalb Kardorfs. Und deswegen, weil ich diese Worte wähle, habe ich oder für diese Personen spreche, für die Gruppen spreche, habe ich mich für die persönliche Form der Ansprache entschieden. Wir möchten diesen feierlichen Moment nutzen, ich hatte es gesagt, um Herbert tatsächlich, weil er nicht hier ist, ganz, ganz herzlich zu danken, von Herzen zu danken. Wir sagen Danke für all deine, für all seine Hingabe, sein ehrenamtliches Engagement und seinen ständigen Einsatz für unsere Gemeinde in den zurückliegenden Jahren. Und ich möchte nur mal erwähnen und aufzählen, wo Herbert überall vertreten war, auf welchen Festen er überall gefeiert hat und zu Gange war. Unter anderem zweiter Vorsitzender im Kirchenvorstand, Chorleiter des MGV. Einen herzlichen Dank, dass ihr heute hier wart beim Gottesdienst. Ich glaube, das war eine ganz tolle Bereicherung und der Applaus war genau richtig. Vielen Dank dafür nochmal. Herbert, Gründer und Chorleiter des Pilgerchorps Barweiler Bruderschaft und auch dort lange Zeit Vorsitzender. Dann war er aktiv in der Feuerwehr Hemmerich, die ja bekannterweise lange Zeit für unser Dorf auch verantwortlich war. Er war Mitglied oder ist Mitglied im Förderverein der katholischen Kindertagesstätte. Er ist Mitglied bei unseren Schützen. Wie mir zugetragen wurde, hat er auch das ein oder andere Fest, die ein oder andere Begegnung oftmals mit der Quetsch begleitet und für einen musikalischen Beitrag gesorgt. Nicht vergessen möchte ich natürlich an dieser Stelle auch, dass er unser Ortsvorsteher war über viele Jahre hinweg. Und lasst mich keinen Hehl daraus machen. Ich glaube, seine doch recht sicherlich guten Kontakte zum hiesigen Ordnungsamt haben uns teilweise auch sehr geholfen. Aber natürlich, ich möchte es nicht nicht schmälern. Ich glaube, Herbert, das wissen wir alle, hat jederzeit für Recht und Ordnung eingestanden und sich oftmals auch hinter das Wohle anderer gestellt. Und das sei wirklich von aller Herzen, von allem Herzen gedankt. Ich denke auch, dass alle Vereine mir oder uns Recht geben werden, wenn ich sage, dass die Zusammenarbeit mit Herbert stets einfach und unkompliziert war, sowie voller Respekt und Vertrauen gegründet war. Und das ist einzigartig und das können wir sagen, erleben wir nicht oft in so einer Gemeinschaft, diesen ganz, ganz tollen, unkomplizierten Umgang mit Herbert. Wenn ich etwas vergessen habe, so seht mir das bitte nach, weil es geht auch nicht um die Aufzählung besonderer Verdienste. Die Anzahl ist nicht entscheidend am Ende des Tages, warum wir diese Worte an Herbert richten. Ich glaube, ganz entscheidend ist das Wie. Wie Herbert seine Tätigkeiten, seinen Einsatz, sein Engagement ausgeübt hat, das ist einzigartig und das ist großen Dank und großen Respekt wert. Und dafür sagen wir wirklich nochmal, unser allergrößter Respekt an Herbert und Anerkennung für seinen Einsatz für Kardorf und viele Menschen und Bürger. Es war uns auch als Ortsausschuss und unseren Mitgliedern somit ein ganz leichtes, es gab keine Diskussion zu entscheiden, dass wir heute Herbert im Rahmen dieser Feierlichkeiten die höchste Auszeichnung verleihen wollen, die wir als Ortsausschuss Kardorf e.V. vergeben können. Voller Freude und Stolz darf ich somit, Herbert, im Namen des gesamten Ortsausschusses dich als neuen Ehrenbürger Kardorfs ernennen. Wir möchten ihm, das werden wir stellvertretend im Nachgang tun, natürlich und auch seiner Frau unsere Ehrenurkunde überreichen. Wir haben sie mitgebracht. Die Ehrenurkunde besagt Folgendes. Herr Herbert Gatz wird wegen seiner Verdienste um die Ortschaft Kardorf die Ehrenbürgerschaft des Ortes Kardorf verliehen. Kardorf, den 24.09.2023. Die Ehrenurkunde trägt alle Unterschriften der Mitglieder des Ortsausschusses vom Ortsausschuss Kardorf e.V. Herzlichen Glückwunsch, lieber Herbert. Schön, dass wir dich haben. Und jetzt sage ich vielen Dank und nochmal einen Riesenapplaus für Herbert Gatz. Vielen Dank.